so für mich geht es jetzt ab nach hamburg und ihr bleibt hier in münchen ihr müsst mich vermissen es tut mir leid aber ihr schafft es auch ohne mich das war wahrscheinlich ein plan von elton damit ich ihn heute nicht platt mache zusammen mit bernhard er hat wahrscheinlich den fahrer bestoffen mich nicht abzuholen aber es kann problem ich nehme jetzt einfach ein taxi lieber elton stehe ich hier in hamburg und wurde stehen gelassen man hat mich vergessen wie damals in der schule also lieber elton lieber bernhard lieber kai das wird wohl nix heute mit unserem date so ich habe es geschafft ich bin im studio und da sitze auch schon mein gegner lukas diga guckt schon so gefährlich